Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ankündigung. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Trainsom wird zwei Fans und Spieler dürfen sich in den kommenden beiden Wochen gleich auf zwei neue DLCs freuen. Der britische Entwickler Duftail Games hat nun die Release-Termine für die amerikanische Strecke Sherman Hill und die Diesellokomotive Foslo G6 vom deutschen Entwickler Trainsom Germany bekannt gegeben. Die amerikanische Strecke Sherman Hill befindet sich im US-Bundesstaat Wyoming und verbindet die Orte Chayenne mit Laramie. Die Strecke hat eine Länge von 58 Meilen, das entspricht 93 Kilometern. Es handelt sich hier um eine reine Güterzugstrecke, sozusagen eine typische amerikanische Güterzugstrecke. Und dafür gibt es auch die passenden Diesellokomotiven zusammen mit diesem DLC. Dazu gehören die EMDS-D70ACE sowie die EMDS-D40-2. Beide Lokomotiven gibt es in der Lackierung von Union Pacific. Natürlich gibt es für den Gütertransport auch verschiedenste Güterwagen. Weiterhin gehören zu diesem DLC der beliebte und bekannte 24-Stunden-Reisemodus, Trainingsmodule für die Lokomotiven, fünf interessante Szenarien sowie der 24-Stunden-Fahrplan und eine Auswahl an Nebenaufgaben. Auch die Sherman Hill-Route wird kompatibel mit dem Szenario-Planer sowie mit dem Lackierungseditor sein. Das Transom World 2 DLC Sherman Hill wird am kommenden Donnerstag, dem 25. November 2021, für Transom World 2 veröffentlicht werden. Die Strecke erscheint für die Plattformen PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series XS. Die Strecke wird den Preis von 29,99 Euro haben. Was ist eure Meinung zur Strecke Sherman Hill? Freut ihr euch auf diese Strecke? Mögt ihr amerikanische Güterzugstrecken? Und welche amerikanischen Güterzugstrecken sollten eurer Meinung nach noch für Transom World 2 veröffentlicht werden? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Und das zweite DLC, welches euch auch in den nächsten beiden Wochen erwartet, ist die Diesel-Lokomotive Foslo G6. Diese Lokomotive wird vom deutschen Entwickler Transom Germany entwickelt. Der Entwickler legt hier vor allem Wert auf eine möglichst originalgetreue Entwicklung dieser Lokomotive. Die Lokomotive erscheint mit Szenarien für die deutsche Strecke Rhein-Ruhr-Osten von Hagen nach Wuppertal. Es soll dabei sogar ein sehr spezielles Szenario geben und natürlich zahlreiche Fahrplanfahrten. Die Szenarien und Fahrplanfahrten befassen sich mit Rangierarbeiten sowie dem leichten Güterverkehr. Also entsprechend damit genau dem Vorbild, wo auch diese Lokomotive eingesetzt wird. Natürlich gibt es auch hier ein passendes Trainingsmodul für die Lokomotive. Die Foslo G6 wird am Donnerstag, dem 2. Dezember 2021, als DLC für Train Sim World 2 veröffentlicht werden. Die Lokomotive erscheint für die Plattformen PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series XS. Was ist eure Meinung zur Foslo G6? Werdet ihr euch auch diese Diesellokomotive kaufen? Freut ihr euch auf diese Lokomotive? Und welche deutschen Diesellokomotiven sollten eurer Meinung nach noch für Train Sim World 2 veröffentlicht werden? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Weiterhin arbeitet der deutsche Entwickler Train Sim Germany außerdem noch an den Lokomotiven Baureihe 232 Luth-Miller sowie an dem Triebwagen DB Baureihe 420. Freut ihr euch auch auf diese Fahrzeuge? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.